Darf ich jetzt Antwort machen, ja? Ja, macht die Antwort, da. Dann wollt ihr bitte alle eure Fresse halten. HALT DEN EURE FRESSE! Yay! Hä? Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! Und damit hallo und herzlichen Willkommen zu einer weiteren Folge Secret Hitler mit denselben wie Folge 1. Wenn ihr nicht wisst, wie Secret Hitler funktioniert, schaut in Folge 1 vorbei, da habe ich eine wundervolle Erklärung ergeben. Die jetzt in Folge 2 auch eingespielt wird? Nein, wird sie nicht. Aber ihr dürft jetzt... Aber woher weiß ich dann, wie ich Secret Hitler habe? Indem du in die erste Folge reinguckst. Warum sollte ich mir die erste Folge anschauen, wenn es eine zweite Folge gibt? Damit wir mehr Klicks kriegen, ist doch ganz einfach. Die erste Folge ist sowas von vor 5 Minuten. Das ist voll episch, ey. Kann ich schon würfeln? Ich denke doch, dass wir es ganz... Ich weiß nicht, kannst du das? Nee, Moment, äh... Leerabschluss. Ja. Oh, da ist niemand. Wenn ihr nicht mitraten wollt, könnt ihr jetzt auch noch einmal kurz weggucken. Äh? Und jetzt dürft ihr wieder gucken. Nein, nicht eher die... Ja, die... Ja, die... Ja, jetzt kriegt nämlich nichts mehr da. So, du darfst würfeln. Oh, wow. Jo. Das war nurig. Das ist nicht der Kronen. Der Hitler darf anfangen. David fängt an. Ich bin nicht Hitler! Ich bin lololololololololololololololololololol! Jetzt müssen wir bitte den Würfel geben! Nein! Mange mir den Würfel! Das finde ich aber nicht von euch, danke! David, du bist ein Dämonster. Am besten nimmst du mich für das Ganze, wenn du eine Präsidanzheberin davor bist. Hrrrrr... Ja. So. Hey, David, wir waren eben so gute Kumpels. Ach so, weil ich jetzt nicht mehr Das ist einer von der Karschuhe Ja, David ist doch Hitler, dachte ich Ja, ist er auch Ist das mit Hitler? Ja, du bist Hitler Nein, halt aus, falsch Wie? Was? Warum gibst du mir die Karte? Was? Ich hatte dir nicht gegeben, ich hab gewonnen Hä? Hä? Markus, leg! Ja, hast du gerade seine Karte genommen? Nee Mir kommt meine Karte, oder? Hä, wo ist die Karte von Michael? Mir wird eine Karte geben, da ist deine Karte Was ist das mit der Karte? Ja, das ist deine Karte Aber du kannst ja oder nein wählen Ja oder nein, ja, das kannst du auch So, umdrehen So, ja Hättet ihr nur noch Nein wählen können Nein, 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 nein Nein, 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 nein Copyrights trying Wenn ich mich wieder ver общelt Booááááá a hey Okay Ich bin da für das aufzug was der K susceptible Nein Nein Nein, 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 nein Da höchst dech Noch um früher Bin ich schon translucent? Bin ich schon Präsident? der Verkopf in der Präsenten ich bin der Präsenten ich bin der Präsenten um zu denken ähm wir machen das nicht zum Scheißen okay das ist jetzt schon mal da mit dem zum Beispiel auf jeden Fall nicht drei Rote also ich bin zum Wagen der Westerner als so eine lange Space weil ich bin da am Wagen so ne Scheiß kann ich schon deine Videos und kein Stück anstrichend war ja ja das ist los das später für die Leute zu gucken wird auch kein Stück einstrengend sein das ist nur Quatsch ich hab jetzt schon Kopfschmerzen das sind alle die wissen wir genau worauf sie sich einlassen ist echt so die kennen wir uns wollen die Kanal-Trailer gesehen die wissen was ihr wartet das ist eine Menge Minecraft Michael was hattest du der Blau auf die zwei Blaue da und er hat die Wahl ich habe ein Jahr ich habe zwei Blau und eine Rote aber im Laufe und die Mordkirchen ich habe überlegt ob ich ihm gleich zwei Rote 1 Prozent die Rote aha das war wohl ein Versprecher würde ich sagen ja okay ich weiß nicht ob ich das jetzt will naja ja bisschen übereifrig ja wahrscheinlich will Konsti sich für letzte Hunde bei mir rächen und schieb mir jetzt eine Rote rein oh tsch 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 T tsch UYS tsch tsch �� T noch gelb der Fö tegen Mean B displays das ö Спасибо was wir gesagt juckt der ball nein ich hab ich nicht warum ich hab ich verstanden Alter hab ich mich jetzt so schockiert äh ne ich hab dachte ich ach egal wurscht interessiert den Kamm richtig hast du recht in der Zoll ist trotzdem ein blauer ah scheiße dir wurscht ich hatte drei rote ja ich hab leider zwei rote bekommen ja das ist die logische ist es das ach schon nein ich hatte zwei blaue echt ich hab eine schnell angemalt ja ich hab die beiden rüber gehen nein drum hat zu lang gedauert oh ich bin Kanzler bist du nicht wer ist jetzt gewählt jetzt bin ich Kanzler jetzt müsstet ihr alle nein wählen los er ist echt ich bin ich bin da er so lange an die E-Mail in Zukunft ich war so lange der blaue kommen bin ich damit zufrieden was ich meine Tiefel das ist ja da das ist ja es ist ja ganz klar haben zu erinnern es war klar gewartet wir haben es nicht gehört das wird so voll um uns da ich habe ihm die Wahl gelassen David hat auch nicht lange überlegt sondern direkt rausgehauen es gibt es auch zu überlegen vielleicht überlegt aber die Schreiber nachschauen und um dann die liberale genau bei der Rechte und ein das wirklich ist das ist der Doppel sie haben und bisher alle anderen nehmen also doch macht ab zu sein das ist ein was zu tun er hat gar kein Problem damit Nein, halt! Jo! Wieso steht er nicht? David, du bist so inkompetent! Habara! 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 Nicht barrabrabrabar, sondern rhabababar! Habara! Das war mir ganz lange ausgebrochen, ey! Ich bin verrückt geworden! Verrückt im Mund! Verrückt im Mund! Verrückt im Mund! Du bist so langsam, was zur Raubein! Du bist so langsam, was zur Raubein! Du bist so langsam, was zur Raubein! Du bist so langsam! I fucking love it! Nur die Eichling berühlt sich! Beiler! Let's say him of the game! Oh, I can't let the moves you! Dick, ne? Gott, der Karneval! Ja, du will caught the dunkler Seite! Habara! Habara! Ja, wenn ich keine Wahl hatte! Ich wollte eigentlich eh zwei rote und eine blaue und zwei rote in die Dome geben! Irgendwie glaub ich dem Markus heute gar nichts! Ah, ne! Irgendwie! Wenn er traurig ist, weil er verloren hat, wird er immer so... Er ist vom Faschist! Markus! Was? Guck dir ein Spieler an! Das war so gut! 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 Ich bin halt schön salty! Markus! Nein, du bist nicht Faschist! Markus ist ja auch zu lügen! Markus ist ja auch zu lügen! Er ist eigentlich... Er ist nicht Faschist, aber er ist schon Hitler! Langsam kommt es so vor, jeder versucht jeden zu übersagen... Also entweder traue ich jetzt den Markus, oder er will mich auf seine Seite ziehen! Also ich glaube, Markus sagt ihm diesmal wieder die Wahrheit, weil das hat er eben auch schon... Bint hatte ja gesagt, ich war ja Faschist, genau! Ja! Ich musste ihm ja nicht glauben! Ich durfte... Ich hab's ja hundert Prozent nicht gesagt, dass du nicht Faschist bist! Was? Was? Geht's noch komplizierter? Warte mal, halt! Langsam, langsam wie! Du bist nicht Faschist, David! Das war das Wichtige! Ja, aber deshalb ist Markus immer noch nicht liberaler! Aber ich weiß nicht, ob ich ihm glauben kann! Komm, wir Tech-Team das jetzt! Nein, ich guck da jetzt! Nein, nein! Ich möchte jetzt noch mal prüfen, ob David... ...ein guter ist! Also die wirkliche Aussage ist! Der David-Picken ist eh nicht schlecht! Ja, wenn Markus sagt... Das ist die Pick-und-Bann-Phase, oder was? Ja, natürlich! Wenn Markus sagt, er ist liberal, dann... Und ich glaube ihm das mal, dann ist das gut! Und selbst wenn er gelogen hat, dann haben wir schon mal... ...zwei Faschisten! Dann haben wir schon mal zwei Faschisten! Wenn ich die Aktion gebracht hätte, hätte es mir nicht einfach so geklappt! Das ist eine gute Erklärung, ja? Ja, außer du reitest mich jetzt rein, bist mit Markus in einem Team und ich habe jetzt echt die Arschkarte! Oder ich ziehe drei rote und äh... Das darfst du noch gar nicht sagen während du... Ich habe nur noch eine weitere Möglichkeit gebracht! Achso... So, zufällig, was die weitere Möglichkeit war! Aha, Bart, da wird nur heute durch die Wahl... Okay, nein, hat er nicht... Komm, komm, wählt er zum Präsidenten und er will mich noch mal zum Kanzler. Wir können wir bitten, achso... Moment, was? Du kannst... Du kannst... Ja, das weiß ich, wenn ich das kann... Ja, also ich bin im Prinzip damit einverstanden, dass ich Präsident werde, aber ich bin nicht damit einverstanden, dass... ...Michael jetzt Kanzler wird! Ich bin absolut überhaupt niemanden außer mir einverstanden, der jetzt Kanzler wird! Ja, du... Es funktioniert so... So funktioniert die Bühne nicht aus! Ja, ich bin's mir bewusst! Kannst du dir machen was draus? Nimm nicht der Michael! Nicht der Michael? Nimm dich! Nimm mich! Nimm mich! Nimm mich! Nimm mich, macha! Nimm mich! Ich auch! Nimm dich! Kannst du auch mich, ey? Nee, nicht der Michael! Ich bin näherido Freddie! Ich du... yeah, ich bin in den 5 Sekunden! Ich bin in 5 their 12 Lettas, commensile Machine! Ey.. Ne Voilà, du bek justo, daolk kennt er in den 5. Ich habe 5 Minuten, ey... 5 Minuten gleichować du bist! 9 Minuten wrack warte denn jetzt bin ich, weiß nicht ob ich damit wirklich noch von denen also ich weiß ja dass ich ihm nur rote in zwei rote gegeben habe aber auch durch die jahre blau gelegt nach dem ich die wahl hatte ja trotzdem er will ja ich hätte ich dass er schaue 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 nicht da wird nicht nehmen soll und mich auch nicht und im Auslust und Tobi nicht geben also du kannst du nicht schaden das wollte ich jetzt nicht vorstellen ich wollte sein nicht in der Nähe schaue sich zwischen der Schamke und mir entscheiden muss nämlich in der Nähe der Angelegenheit okay nämlich damit ist er noch da er ist ja nicht mehr wenn er das hinterlässt der Leute ich bin ich bin es war das ist falsch auch zwischen david und mir entscheiden die Ereignisse auch so auch nur zwischen euch zwei es ist mit denen ich vertrauen werde ich und wenn er nicht gesagt die ganze Funde erweil dir bei ihm Hitler wie wahrscheinlich ist denn er noch mal Hitler der Räder zu sagen also mit der Schöpfung die Wahrscheinlichkeit wird überhaupt nicht anfangen 1 zu 7 1 zu 6 aber ein 7 was ich weiß dass auf jeden Fall Sinn Benz zu nehmen äh dass wir ihm diesmal vertrauen gib mir weil wenn die beiden sich schon wenn die beiden wenn die beiden sich schon so vorschlagen dann muss einer von den Hitler sein da bin ich mir ziemlich sicher Akos und wenn wenn wir jetzt verloren haben wieder dann nehme ich das auf meine Karin war das echt scheiße okay die beiden sagen nein das ist gut die drei sagen bist du Hitler ja Baby auch als ob Moment wie viele Heli für die Aßen wie viele Neuzen nicht schon wieder nicht im Ernst oder und dann kann ich sie machen ich glaube das ging doch jetzt viel zu einfach Leute WTF? Du nimmst das jetzt auf deine Kappe. Das war doch klar, das war viel zu schnell. Wir haben Faschos schon mal verloren. Und ich hab sofort gewusst, Tobi hat viel zu viel gelacht und geredet die Runde. Der war sowieso Faschist. Und du konntest jetzt zu wenig reden, der war auch Faschist. Ich hab gelacht und geredet. Der Moment, wo er ihn viel zu schnell genommen hat, war doch klar. Warum hast du das nicht zur Sprache gebracht, David? Ich hab's gesagt, aber da lag's schon. Wirklich. Und dann hab ich gesagt, wir müssen reinnehmen, weil das ist zu gefährlich. Das ist zu gefährlich. Ja, und dann hat Ganesha gesagt, er nimmt das auf seine Kappe, wenn wir jetzt rein gehen. Was ist das Kacke, ey? Tschüss, Leute. Tschüss. Tschüss. Warum habt ihr euch so vorgeschlagen? Weil ich liberal war. Weil ich liberal war. Das war der S. und hat es geschafft. Ich bin liberal, will mich ja nicht. Bis du das von uns hören. Ach, das ist doch alles Kacke, ey. Ich kann liberal nicht. Also manchmal schon, aber... Entweder ich bin liberal und kacke, oder ich durchschaue alles und niemand glaubt mir. Ja, das Problem ist, das funktioniert, wenn du Faschist bist, aber nur dann. Das funktioniert. Ja, das stimmt. Da habe ich schon zum zweiten Mal Bänder zugebracht, dass der gewählt wird als Hitler. Ja? Und wenn der Faschist ist, hat er Glück. Und wenn er liberal oder Hitler ist einfach mal ein Problem. Und wenn er liberal oder Hitler ist einfach mal ein Problem. Ich habe übrigens beim ersten Mal eine Bläue weggelegt und hatte nicht drei roter. Okay, der riesige Böse. Richtig krass, Alter. Ich bin so ein Heter-Faschist, ich bin so ein Faschist. Okay, ich bin ja schon gleich. Faschist, ja. Nächste Runde wird besser, dass er sich nicht eingeschmiert. Ich bin nicht wichtig. Das halte ich dir jetzt für ein Gerücht. Mann einmal Faschist und dann sieht es keiner. nach es ist voll die Lüge da ist verfolgt natürlich haben wir auch und über alle da würde ich so lange nicht so gut ist so richtig dann nicht mehr da wird ganz so nah das Land ist bis zum nächsten ich bin